Es ist soweit. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniela Christina Pflanzer. Ich bin Kanal der Neuen Zeit und ich freue mich so sehr, dich kostenlos einzuladen, jetzt zur Challenge. Während fünf Tagen begegnen wir uns täglich und du hast die Möglichkeit, da einzutauchen, auch in die Frequenzen der Sternenvölker. Du wirst auch irdische und kosmische Werkzeuge kennenlernen. Nutze jetzt die Chance und sei gerne kostenlos dabei. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.